Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only BoxPodcast. Hallo und herzlich willkommen zum BoxPodcast Ausgabe 295. Es ist der 16.05.2021. In der heutigen Runde sind dabei die Samira. Hallo. Und ich, der Robert, seid gegrüßt. Wie immer beginnen wir unsere aktuelle Folge mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende. Der BoxPodcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da fangen wir mit einer Veranstaltung an, die am Samstag, den 15. Mai, in England stattgefunden hat, in der Manchester Arena. Es war eine Eddie-Hearn-Veranstaltung, die zu sehen war auf The Zone. Dort kämpften unter anderem Joshua Boazzi im Halbschwergewicht gegen Daniel Blender dos Santos. Ein Kampf, der nicht über die volle Distanz gegangen ist, aber ordentlich Action geboten hat. Stimmt's, Samira? Ja, auf jeden Fall. Gerade Joshua Boazzi, sollte man sich merken. Ein Engländer, in Accra geboren. 28 Jahre alt. Hat in welchem Gewicht? Im Halbschwergewicht geboxt gegen Daniel Blender dos Santos aus Frankreich. 30 Jahre, der Panther. Und ja, ich kann ja mal kurz zusammenpassen. Der Kampf ging ja nicht so lang. Aber sehenswert war trotzdem. Ja, er war auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Ja, Joshua Boazzi hat schon gleich am Anfang beeindruckt. Also ich habe ihn jetzt auch noch nicht so auf dem Schirm gehabt, weil er echt einen extrem guten Jab hat, extrem schnell ist und sehr explosiv. Also man hat es sofort gesehen, dass sein Jab ist was Besonderes. Ich glaube, Daniel dos Santos, sein Gegner, war ja auch ungeschlagen. Das war jetzt kein Mann, der irgendwie da schon viele Niederlagen auf dem Konto hatte. Deswegen wusste man auch noch nicht so richtig, was da auf ihn zukommt. Aber, also beide waren durchtrainiert, da kann man jetzt auch nichts sagen. Beide sahen so, beide sahen fit aus, aber er hatte da echt nicht viel zu holen, weil Boazzi ist ein sehr, sehr schneller Mann, der sehr harte Jabs auch abfeuert und hat halt gleich von Anfang an den Kampf übernommen. Gleich Santos in den Rückwärtsgang gedrückt ab der ersten Runde. Und der war auch schon von Anfang an von dieser Schnelligkeit, von diesen Jabs beeindruckt. Das hat man gesehen. Und in der zweiten Runde gab es dann den ersten Knockdown. Und da wurde Santos dann auch angezählt. Das war ein Körper-Kopf-Treffer. Und danach hat er natürlich noch mehr Respekt gezeigt, weil er dann gemerkt hat, oh Gott, was habe ich hier vor mir? Ich muss aufpassen, dass ich mir halt nicht nochmal was fange. Also es war dann eine 10-8-Runde. Die dritte Runde war wieder sehr, sehr klar bei Boazzi. Also der hat echt einen sehr schönen Stil, sehr ansehnlich. Macht Spaß, ihnen zuzugucken, ist extrem talentiert. Hat dann Santos auch an den Seilen gestellt in der dritten Runde. Der AK hat dann sich auch ein bisschen gewehrt, hat dann zum Beispiel einen guten Aufwärtshaken im Infight gebracht. Aber da kam natürlich sofort der Konter. Dann hat Santos Boazzi in der dritten Runde so ein bisschen weggeschubst. Der ist dann umgefallen. Dann gab es so ein bisschen einen verbalen Schlagabtausch und wurden sich auch von dem Referee so ein bisschen ruhig gestellt. Das hat Boazzi gar nicht gefallen. Dann hat er sich wahrscheinlich auch vorgenommen, in der vierten Runde dann schon das Ende zu suchen, hat man gleich gemerkt. Er hat so wild angefangen. Da dachte man, oh, jetzt sucht er den K.O., der Kampf ist bald vorbei. Und dann wurde er aber wieder ruhiger, hat sich auf sein Auge verlassen und dann auf seine Reflexe und dann sich so ruhig die Chance gesucht. Aber irgendwann kam dann, wo man dachte, ja, er arbeitet halt ruhig, ist jetzt so ein bisschen, ja, jetzt kommt nicht mehr so viel anderes, was man erwartet von Boazzi. Aber dann mitten aus dem Nichts kam so eine richtig harte Rechte ans Kind von Santos. Und der war ja schon ausgenockt im Stand noch quasi, als er runterfiel. Also es war ja wirklich fast K.O. des Jahres Kandidat. Auf jeden Fall Kandidat. Und also das war extrem, extremer K.O. Also wirklich unglaublich. Und was ich noch am beeindruckendsten fand, war eigentlich dann, eigentlich nach dem K.O., dass Boazzi sich so, also so empathisch halt gezeigt hat. Also ich fand das echt extrem sympathisch. Man hat gesehen, er hat sich echt Sorgen gemacht, weil sein Gegner echt lange auf dem Boden lag und erst mal getestet wurde mit Fragen, weißt du, wo du bist und so. Das war sehr, also er war echt mitgenommen und hat dann irgendwann auch geweint, weil er dann gecheckt hat, dass er halt verloren hat und dass er K.O. gegangen ist manchmal. Und das checkt man ja alles erst ein bisschen später. Und man hat auch gesehen, er hat dann ihn angeguckt und hat so für sich so Shit gesagt. Also es hat ihm leid getan, ist dann auch rübergegangen, hat so ein bisschen ihm Mut zugesprochen, ihn umarmt. Und der Gegner hat dann später auch noch weiter geweint. Und er hat ihn dann auch noch so richtig in den Arm genommen. Da sind mir auch schon fast die Tränen gekommen. Es war richtig niedlich. Also es war wirklich richtig süß. Richtig sympathischer Typ, dieser Boazzi. TKO-Runde 4 ist der Kampf dann natürlich zu Ende gewesen für Boazzi. Nicht nur ein guter Boxer, auch ein toller Mensch. Also auf jeden Fall wirkt er sehr, sehr sympathisch. Die Kämpfe, ach, die Kämpfe. Die Fightkant bietete auch noch ein paar andere Kämpfe, zum Beispiel Dorton Smith gegen Leal Appleyard. Alexander Juer hat gegen Tommy McCarthy verloren, um den IBU-Titel im Cruiser-Gewicht. Jason Cunningham hat Gamal Jaffaib um den europäischen Titel im Bantam-Gewicht besiegt. Und der Hauptkampf war Lerone Richards gegen Giovanni De Carolis hierzulande, vor allem bekannt durch seine Kämpfe gegen Arthur Abraham und Vincent Feigenbutz. Wie hat dir Giovanni De Carolis, das alte Schlachtrost, in diesem Kampf gefallen? Oh ja, das war echt ein, wie soll man sagen, ein sehr einseitiger Kampf. Also ich weiß nicht. Also natürlich, Giovanni De Carolis, der ist jetzt 36, der hat lange nicht geboxt. Seinen letzten Kampf hat er gegen Kuren Gebor gemacht, am 21.06.2019. Das ist natürlich schon extrem lange her und der Kampf war auch schon ziemlich eng. Also da hat er jetzt auch nicht so krass dominiert. Deswegen habe ich jetzt auch keine extrem krasse Performance gegen Lerone Richards erwartet, gerade wenn er auch noch auswärts boxt. Und Lerone Richards hat mir aber eigentlich ganz gut gefallen. Er ist ja auch ein bisschen jünger, 28. Und hat auch Giovanni De Carolis eigentlich in den zwölf Runden eigentlich jede Runde ziemlich alt aussehen lassen. Also das muss man echt sagen. Lerone Richards hat halt, also er ist Southpaw, also Rechtsausleger. Ich weiß nicht, ob Giovanni De Carolis damit auch nicht so gut klarkommt. Aber auf jeden Fall war es, glaube ich, eher so die Schnelligkeit und die Spritzigkeit von Richards, die De Carolis vor große Probleme gestellt haben. Eigentlich hat er sich von Runde 1 bis 12 die meiste Zeit hinter seiner Doppeldeckung versteckt beziehungsweise geschützt, weil er halt gemerkt hat, da kommt schon ein bisschen Power so durch. Und hatte halt ab und zu mal so ein bisschen kurze Attacken, wo er dann mal auf seinen Gegner zugestürmt ist und versucht hat, so ein paar Schläge irgendwie abzufeuern. Aber da Lerone Richards einfach viel schneller war und bessere Reflexe, besseres Auge irgendwie hat, konnte De Carolis da eigentlich überhaupt nichts ausmachen. Also das war echt ein krasser Kampf. Da war jede Runde, wurde eigentlich Richards immer sicherer, hat den Kampf total dominiert, das Tempo, hat gespielt quasi, sie hat sich wie in so einem Sparring quasi so seine Sachen halt, seine Treffer-Kombinationen ausprobiert und wurde halt mit der Zeit auch immer sicherer. Das hat man auch gemerkt, immer lockerer, sah immer besser aus, hat einfach die besseren Skills gehabt, ist ein sehr beweglicher Mann, stand immer woanders, nie still, was glaube ich, De Carolis auch sehr schwer, sehr schwer fand zu stellen, weil wenn sich jemand vor dir immer bewegt und du ihn nie triffst, irgendwann wirst du auch voll demotiviert. Im Endeffekt kannst du De Carolis, auch so sehr du ihn magst, eigentlich wirklich keine Runde geben. Es war so einseitig. In der elften Runde hat Richards auch in der Ecke so zu seinem Team gesagt, easy work und das war für ihn wirklich easy work. Den Kampf habe ich 120 zu 108 für Leron Richards gepunktet und da kann man auch keine Runde irgendwie De Carolis geben, obwohl es trotzdem wieder einen Punktrichter geschafft hat mit 119 zu 109. Die beiden anderen haben es korrekterweise 120 zu 108 auch gepunktet. Also ich weiß nicht, was Francisco Alosa-Rosa da gesehen hat, vielleicht ist das sein Kumpel, keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber im Endeffekt, da gibt es auch nichts zu diskutieren, dass er, De Carolis hat da keine Runde gesehen, kein Land gesehen, sah wirklich nicht frisch aus. Hätte er nicht so eine gute Doppeldeckung gehabt, hätte das wahrscheinlich auch vorzeitig enden können. Ja, seine Doppeldeckung hat ihn echt geschützt. Aber er hat sich auch nur darauf konzentriert, er hat ja fast nichts anderes gemacht. Das muss man ja auch sagen. Leider war das so, das war so seine Aufgabe, mich hinter der Doppeldeckung so gut zu schützen, dass ich so wenig wie möglich kassiere. Aber war halt irgendwie, ja, war dann auch irgendwie langweilig, weiß ich nicht. Also jede Runde gleich, keine Chance, hast du auch nichts gesehen, dass er da ein bisschen mal wirklich die Anstalten gemacht hat, irgendwie wirklich da zu versuchen, den Kampf umzudrehen oder so. Also ich hatte das Gefühl nicht. Und er war, glaube ich, auch dann deprimiert, weil er gesehen hat, er kann das gar nicht, weil die Schnelligkeit, er kann da nicht mithalten. Und dann bist du halt auch irgendwann wahrscheinlich so, machst du das Beste draus und ja. Aber er hat gestanden bis zuletzt, das muss man sagen. Und ja, das war dann sozusagen der Erfolg von Giovanni De Carolis. Er hat das gemacht, was im Bereich des Machbaren für ihn lag. So kann man es, denke ich, gut zusammenfassen. Ein anderer Kampf fand statt im Dignity Health Sports Park in Carson, California. Dort kämpften im Super-Bantam-Gewicht Brandon Figuera gegen Luis Neri um den WBC und WBA. Supertitel im Super-Bantam-Gewicht. Muss ich zugeben, den Kampf habe ich jetzt leider nicht gesehen, weil A, hat er mich nicht so interessiert und B, dafür dann extra aufstehen. Hat mich dann jetzt doch nicht so hinterm Ofen hervorgeholt. Hattest du den gesehen, Samira? Nee, ich hatte dafür keine Zeit, ehrlich gesagt. Dann ist das halt mal so. Okay. Ein Kampf, auf den wir letzte Woche nicht eingegangen sind, aber wir werden das jetzt tun, ist ein Kampf, der in einem Kölner Sportstudio stattgefunden hat. Es ist eine ICB-Boxveranstaltung gewesen. Übertragen wurde sie auf Bild Plus in Deutschland und auf TV 8,5 in der Türkei, wo unter anderem Christian Hammer gegen Patrick Kowol geboxt hat. Vorzeitiger Sieg in der dritten Runde. Volkan Gokcek gegen Georgi... Was für ein Name. Georgi mit... mit... mit Schelitze. Ich vermute Georgier. Ja, Georgier. Und Viktor Vikrisch gegen Jacek Christoph Piatek auch vorzeitig. Alles normale Aufbaukämpfe. Aber auf den Kampf, auf den wir jetzt genauer eingehen wollen, ist der Hauptkampf. Mahmoud Shah gegen Christopher Lovejoy aus den USA. Manuel Shah hat das erste Mal seit seinem super, seinem super, super, super duper Weltmeistertitel Gewinn 2017 mal wieder geboxt. Und das gegen keinen geringeren als Christopher Lovejoy aus den USA. Mal ganz ehrlich, was war das? Du bist begeistert, ich höre es raus. Lass es raus, Robert. Ja, also ich will in keinster Weise jetzt irgendwie beleidigend werden oder irgendwie jemanden mies reden. Der Mann hat jetzt über dreieinhalb Jahre nicht geboxt. Dass du dann jetzt nicht gleich gegen Tyson Fury boxt, ist mir auch klar. Aber Christopher Lovejoy, ein Mann, der einen 19 zu 0 Rekord hat, der sowas von dermaßen aufgeblasen ist, also so manche, wir reden ja manchmal schon schlecht über manchen Kampfrekord von deutschen Boxern, aber im Gegensatz zu diesem Kampfrekord, ja schon wirklich hochkarätig. Der hat ja nur Laufkundschaft erstrundig in Tijuana weggeboxt. Der Typ wiegt 139 Kilo. Da frage ich mich jetzt mal ganz ehrlich, warum hat man den genommen? Weil von der Qualität her hätte man doch wahrscheinlich das gleiche Geld oder weniger Geld auch irgendein Georgier nehmen können. Das hat doch nichts in irgendeiner Form mit Weltmeisterschaft, also es war jetzt auch keine Weltmeisterschaft, aber der große Titel ist ja, der Champ ist zurück. Die WBA führt ihn ja als Champion in Recess, also in Wartestellung. Aber was war das? Der Typ konnte überhaupt nicht boxen. Der war nur am Klammern, der ist schon in der ersten Runde einmal runtergegangen und ist in der zweiten Runde auch noch nicht mal wirklich durch wirklich heftige Schlagwirkungen dann zum Boden gegangen und ist einfach nicht mehr aufgestanden. Also dafür Geld zu bezahlen, finde ich schon ziemlich frech. Ja, also man kann sich auch mal angucken. Er ist ja fast in seinem schwersten Gewicht jetzt gegen Char in den Ring gestiegen. Ich glaube, er war ja auch davor bei Don King unter Vertrag. Dann hat er irgendwie Privatinsolvenz angemeldet, haben sie gesagt, damit er halt, weiß ich nicht, aber vielleicht auch, damit er nicht mehr mit Don King dann irgendwie vielleicht verbunden ist. Da muss ich dich kurz unterbrechen. Also ich hatte gelesen, dass er bei Don King unter Vertrag ist und dass sogar die Kämpfe zuvor, aber Don King sich wohl gar nicht darum gekümmert hat, ihm mal wirklich Kämpfe zu besorgen. Deswegen hat er viele seiner Kämpfe in Tijuana quasi in Eigenregie gemacht. Und Don King wollte wohl auch jetzt gerichtlich gegen ihn vorgehen, wenn er denn jetzt gegen Manuel Schaar boxt. Ja, genau, so haben sie das auch bei BILD gesagt. Aber sie haben auch gesagt, dass er wegen seiner Privatinsolvenz nicht mehr eigentlich bei Don King unter Vertrag ist, weil wenn du irgendwie in Amerika Privatinsolvenz anmeldest, alle vorherigen Verträge zunichte gemacht sind. Also auf jeden Fall wurde das da so gesagt. Aber Don King denkt halt, dass er noch bei ihm unter Vertrag ist irgendwie sowas. Sie sind sich da anscheinend nicht so richtig einig und vielleicht ist es auch noch nicht so richtig geklärt. Ich meine, der kam ja da auch ohne Team an, ohne Trainer. Der hatte ja gar nichts. Also so kommt ja auch niemand irgendwie nach Deutschland, der da denkt, er besiegt jetzt mal jemanden. Also dann auch so übergewichtig quasi. Ich meine, in seinem letzten Kampf hat er ja noch irgendwie 107 Kilo gewogen und jetzt 139. Ich meine, das ist schon krass. Also da sieht man schon, wie ernst er das irgendwie genommen hat. Und ja, also wenn man jetzt so auf den Kampf eingeht, also das war echt so, okay, auch im Verlauf, so nach diesen ganzen anderen Kämpfen, die alle auch sehr schnell zu Ende waren. Aber ja, so klar, er ist dann, das mit dem Klammern ist mir auch direkt aufgefallen, wo ich dachte, krass, das sieht schon aus wie irgendwie die letzten Runden im Schwergewicht. So diese, ich fand beide sehr behäbig, beide wirkten sehr langsam, beide wirkten sehr raus. Also war ja auch so. Ich meine, Schar war ja auch lange inaktiv. Was mich gewundert hat, war eigentlich, warum wurde bei Manuel Schar die deutsche Nationalhumne gespielt? Weil er ist doch eigentlich gar kein, er hat doch gar keinen deutschen Pass. Er ist ja Syrer und im Libanon geboren. Aber es wird wahrscheinlich einfach so aus vermarktungstechnischen Gründen gemacht. Also ich weiß es nicht, es hat mich irgendwie irritiert, aber es würde, glaube ich, wahrscheinlich schon immer so gemacht. Keine Ahnung. Aber mich würde auch nicht stören, wenn da jetzt irgendwie die syrische Nationalhumne gespielt werden würde. Vielleicht spielen sie auch ein Lied von den Höhnern, wenn er aus Köln kommt. Ja, genau. Oder sowas. Oder einfach irgendwas so. Aber ich meine, bei ihm ist ja immer alles ein bisschen, vielleicht nicht durcheinander, aber ich meine, von Manuel Schar dann wieder zu Mahmoud Schar. Das ist ja auch so ein bisschen für manche Fans dann schwierig, so nachzuvollziehen. Ja, auf jeden Fall Lovejoy dann. Klar, er ist dann wirklich schon in der ersten Runde so umgefallen, wo man schon so dachte, danach hat er so Wehwehchen angezeigt, dass ihm was wehtut, sein Gesicht schon so verzogen. Da wusste man schon, er hat gar keinen Bock zu boxen. Der wurde da geholt, um klar zu verlieren. Ich dachte schon, der legt sich gleich freiwillig hin. Man hatte schon so das Gefühl, dass er nicht so wirklich Lust hatte. Das hast du doch schon bei den Bildern vom Wiegen gesehen, dass das nichts wird. Ja, wahrscheinlich. Okay, dafür kann Schar dann auch nicht, dafür kam er nicht verantwortlich. Man weiß, wie er da ankommt. Aber am Ende, weil Schar in der Ecke war Petret Dobroschi als Coach und am Ende war es halt so, dass es eine Links-Rechts-Kombination war, die halt Lovejoy dann anscheinend, ja, nicht anscheinend, sondern wirklich zu Boden geschickt hat und er wurde dann auch ausgezählt. Aber es wirkten jetzt nicht, das waren jetzt nicht so extrem harte Treffer. Es waren schon Treffer, aber es war jetzt nicht so, dass man dachte, ja, jetzt muss er auf jeden Fall liegen. Aber der war einfach auch gar nicht fit und deswegen wusste man schon, der wird auf keinen Fall da wieder aufstehen. Und ja, Manuel Schar war halt erleichtert. Ich meine, er hat ja dann noch so einen halben Ratschlag versucht, hat nicht so gut geklappt. Es ist dabei selbst fast umgefallen. Ich meine, das war ein bisschen lustig. Aber ja, sagen wir mal so, es war jetzt K.O., zweite Runde für Schar, aber im Endeffekt sagt es auch nichts aus. Und ich glaube, für ihn war das jetzt auch nichts, wo er sich so wirklich austesten konnte oder so, weil der Kampf war so schnell zu Ende. Natürlich, oder? Also da kann man jetzt über Charles Leistungsvermögen kann man jetzt nicht so wirklich viel mehr sagen. Also für ihn ist gut, dass er wieder im Ring stand. Aber so was als Hauptkampf so groß zu verkaufen und dann immer, ja, der Stamp ist zurück. Genau, diese Riesenüberschriften dann immer und dann auch die ganze Berichterstattung ist schon sehr fragwürdig. Also ich muss ja sagen, ich bin ja Matthias Preuß Fan, der ist ein recht guter Kommentator, der hat halt bei BILD Plus kommentiert, da kann man nichts sagen, der sagt immer wirklich das, was er sieht und findet immer die richtigen Worte, seine Kritik auch zu äußern. Das finde ich gut. Also er macht da keinen extrem mies, aber er sagt schon, wenn irgendwas ein bisschen fragwürdig ist und das macht er echt gut. Und, aber im Studio waren dann auch Axel Schulz, Lubo, Jörg Lubrich von BILD und diese Frau, wo ich den Namen nicht weiß, die eh nicht so viel vom Boxen versteht, der man immer alles erklären muss. Auf jeden Fall war das Motto so ausgerufen, anscheinend vom BILD, ja, we make boxing great again. Da muss man sich eh schon fragen, warum muss man sich so ein Trump-Motto als Vorbild nehmen, irgendwie um Boxen wieder groß zu machen. Das ist eh schon so ein bisschen komisch. Und dann der Cup. Nee, die ganze Veranstaltung halt. Ja, so wurde das halt verkauft und dann redet die Frau dann irgendwas von, ja, wir haben jetzt hier Fury und dann haben wir AJ und dann haben wir Machmucha, wie ist die Reihenfolge? Und da meint man so, ja, also Nummer eins ist Tyson Fury, Nummer zwei ist Anthony Joshua und Nummer drei ist Machmucha. Also Nummer eins ist bestimmt Tyson Fury, Nummer zwei ist AJ, Nummer drei sind erstmal ganz viele andere und irgendwann kommt dann Machmucha vielleicht. Aber das würde, also die ganze Berichterstattung hat mich echt als Box-Fan gestört, weil es so wie für Ahnungslose gemacht wurde. Also es wurde den Leuten sowas erzählt, so suggeriert, als wäre das extrem hohes Niveau und als hätte Manuel Csar oder Machmucha irgendeine Chance mit der Weltschwitz im Schwergewicht da mitzuhalten. Es wurde einfach nicht die Wahrheit gesagt. Natürlich, jeder hat eine One-Punch-Chance, jeder hat ein Prozent Chance, aber es ist einfach nicht das Gleiche, weißt du, es ist halt, es wurde nicht, es wurde nicht die Wahrheit gesagt, dass es einfach einen qualitativen Unterschied gibt zwischen einigen Boxern und das hat mich auch schon bei Viktor Wiechrist aufgeregt, dass die da irgendwie dann davon reden, ja, die ukrainische Boxschule, die ist ja so steif und deswegen boxt Wiechrist Vitali Klitschko und er sieht ja eh aus wie die Klitschkos, also erstens, er sieht überhaupt nicht aus wie die Klitschkos, zweitens, Vitali Klitschko boxt ganz anders, drittens, die ukrainische Boxschule ist bestimmt nicht steif, also habt ihr gar keine Ahnung, kennt ihr Lomachenko nicht, kennt ihr Usyk nicht, also da frage ich mich wirklich, so was da los ist, also was die da reden, so insgesamt, also so viel Unsinn, habe ich schon lange nicht mehr gehört, so natürlich hat Vitali Klitschko steifer geboxt als ein Wladimir, aber man kann ja nicht deswegen sagen, dass die ukrainische Boxschule steif ist, also dann guck dir mal Lomachenko an, so kleine, also weiß ich nicht, so, also ich denke mir so, die reden da wirklich für Leute, die keine Ahnung vom Boxen haben und wenn du Box, ja Experts ist übertrieben, aber wenn du, wenn du dich jahrelang seit der Kindheit mit Boxen auseinandersetzt und dann solche Leute da sowas reden hörst, dann kommst du dir einfach nur verarscht vor, also es wurde so, ja es wurde so getan, als wäre das so eine Veranstaltung wie von Tyson Fury Box gegen Anthony Joshua, so wurde da geredet, so ungefähr und das ist halt einfach nicht wahr, also so natürlich, es gibt immer Gründe für die Veranstaltung, aber dann wundern die sich auch, dass diese Kämpfe so früh vorbei sind, ich meine, jeder normale Mensch, der sich damit auskennt, der die Fightcard sich anguckt, die Gegner, ich meine, der weiß, dass die Kämpfe so schnell vorbei sind und der weiß auch, warum das so ist, oder? Also oder hast du dich da gewundert? Nein, ich, kleine Anekdote von gestern Abend, ich habe ja den Kampf nicht bei bild.de geguckt, sondern in einem Livestream vom türkischen Fernsehen, wo es übertragen wurde, also ich weiß nicht, was die Kommentatoren da gesagt haben, da ich kein Türkisch spreche, Freunde und ich haben uns noch gestern was zu essen bestellt, Essen kam gerade an, da fing der Kampf an und Freunde fragten mich, wolltest du nicht ins Wohnzimmer kommen? Gucken wir nicht irgendwie einen Film? Nämlich so, ja, warte mal kurz, das ist hier gleich vorbei. Ich hatte recht gehabt. Ich bin, glaube ich, ja, erste Runde, zweite Runde, dann war der Kaffee, dann bin ich rübergegangen und habe noch einen Film mit ihr geguckt, weil ich wusste, dass das nichts wird, weil, A, guck dir den Rekord von dem an, guck dir, äh, guck dir den Typ an und dann siehst du ja schon, was du dazu erwarten hast und ich finde überhaupt, die Misere ist ja, wenn du mir überlegst, der Typ ist oder war bei Don King unter Vertrag. Dass Don King so einen Typen überhaupt unter Vertrag nimmt, zeigt doch schon eigentlich diesen miesen Stand von dem in der Boxwelt. So, und wenn du dann als Manuel Scha oder als EC Boxing gegen den, irgendwie den Kürzeren ziehst, wegen einer Ansetzung um die Titelverteilung des WBA-Titels, dann finde ich das echt bitter. Ja, das ist ja auch bitter, aber ich meine nur diese ganze Fightcard, wenn man sich die vorher anguckt, da sind sehr viele Leute, die ersten drei Kämpfe sind alle mit Negativ-Rekord, ähm, von Branimir Malenzia, Mohamed Bekdash, Christian Hammer, der hat eh so einen Bodybuilder geboxt, der nicht mal Kondition für drei Runden hatte, dann, ähm, ganz gut. Die waren aber austrainiert. Ja, ja, das ist aber Bodybuildermäßig. Dann Volkan Götzschek, der kann was, also der ist technisch auch nicht schlecht, aber der hat auch halt nur zwei Runden geboxt. Das waren halt alles wirklich Aufbaugegner, Fallobst, das muss man halt wirklich so sagen. Viktor Wiegris gegen Piatek, das war ja der, der schon mal festgenommen wurde, weil er wegen Fahrer, weiß nicht, seine Schulden an Hamburg nicht bezahlt hat, wegen zu schnell fahren. Ja, stimmt, stimmt. Ein Sternekampf, der war ja auch eher so Bodybuildermäßig und sonst kein Null Sterne überall. Ich meine, das zeigt schon alles und da muss man sich auch nicht wundern, wenn die Kämpfe weiß jeder vorher, da braucht man sich auch nicht rausreden. Das weiß man einfach und woran liegt es? Weil einfach kein Geld da ist, um bessere Gegner zu bezahlen und woran liegt es, dass das Bild alle da hochfeiert? Ja, weil die damit Geld verdienen. Natürlich, das ist ihr Job, also das ist ihr Job, das so, also das ist wie Gold zu verkaufen, weil sie halt auf ihrer Plattform damit Geld verdienen und weiß ich nicht, ob die Promoter jetzt auch an die Geld zahlen, dass sie das überhaupt zeigen, kann ich mir auch vorstellen. Zumindest kriegen sie, kriegen sie wahrscheinlich einiges von den Einnahmen und deswegen feiern die das halt manchmal zu extrem ab, also als mehr als es ist, aber das kommt nicht gut an bei den Boxfans, weil es da leider keine Person mehr gibt wie Graziano Rocchigiani, der dann da seine Meinung mal sagt. Genauso, wenn sie da, da kommen wir auch gleich nochmal zu, da haben wir so eine Hörerfrage, das passt dazu, über die Rangfolge der deutschen Boxstelle reden, wo sie dann nur die Leute, die Boxstelle gut reden, mit denen sie zusammenarbeiten. Das ist halt ganz offensichtlich gewesen. Natürlich ist Universum und EC-Boxing, jetzt sind die Mächte in Deutschland und ganz vergessen wird dann Argon und SCS, die generell aber auch bessere Veranstaltungen machen, zumindest hochwertigere, würde ich einfach mal so sagen. Und das ist halt keine Leute. SCS auf jeden Fall. Ja, aber auch Argon teilweise, also die Qualität der Argon-Boxer ist auf jeden Fall auch sehr gut. Ich meine, die haben auch Jack Kulka, das darf man auch nicht vergessen, Jamar Saeedi, die haben da schon ein paar gute Leute so in der Ecke und zumindest, also ich weiß nicht, ich finde das halt, das ist halt keine neutrale Berichterstattung und es darf sich halt, da muss jeder wissen, so warum die Leute da so reden und auch ein Axel Schulz nimmt sich sehr zurück und passt sehr genau auf, was er da gegen wen sagt oder ein bisschen Kritik äußert, das merkt man schon. Also das ist einfach, da fehlt einfach ein Graziano Rocchigiani, tut mir leid, das kann man sich gar nicht anhören, so. Er fehlt in vielerlei Hinsicht, muss man sagen. Ja, nicht nur da, aber da besonders oder einfach mal, weiß ich nicht, ich verstehe auch nicht, warum sie da nicht Tobias Drehs hinstellen, also es wäre auch noch besser als so ein Unwissen, die da die ganze Zeit nur so Fragen stellt, wo du dir echt denkst, so, oh. Vielleicht hat er Gründe. Ja, oder sie bezahlen auch nur 50 Cent die Minute, die Stunde oder weiß ich nicht was, aber ja, keine Ahnung, aber ich, also für mich war das schon sehr schwer zu ertragen, so. Ich bin natürlich auch immer froh, dass man Boxen sehen kann, aber ich denke, es muss nicht um jeden Preis sein und ich muss auch nicht alles sehen und ich sehe dann lieber eine Veranstaltung, die mit Mühe auf die Beine gestellt wird, wo auch Zuschauer da sein können, auch wenn es nur einem Jahr ist, wo auch die Qualität besser ist, anstatt irgendwie eine Veranstaltung, wo wirklich jeder Kampf, also der längste Kampf geht bis in die dritte Runde, so und ich weiß nicht, ob das so dann das Highlight, das Highlight irgendwie des Monats, des Jahres, ob das irgendwie Werbung für den Boxstall, äh, für den Boxsport, für den deutschen Boxsport sein soll. Also ich frage mich da echt, die schießen sich damit selbst ins Bein und merken es anscheinend noch nicht mal so. Das ist so ein bisschen traurig, so, weil die alle in ihrer Bubble da zusammenhängen und gar nicht merken, wie die Boxfans das aufnehmen, so von außen. Und immer, wenn man Kritik äußert, dann ist man Hater, so, nein, ich bin kein Hater. Ich liebe Boxen, ich unterstütze Boxer, wenn die Leistungen zeigen, ich weiß, dass es hart ist, in den Ring zu stehen, auch nur eine Runde, ich weiß das alles, so, ich hab dafür Respekt, ich will auch kein schlecht machen, aber das ist ihr Job und man kann, man kann den Fans was Besseres präsentieren. Man kann es und wenn man lieber drei Veranstaltungen auslässt und das Geld spart, um dann eine Hochwertigere auf die Beine zu stellen, das wäre so mein Ansatz, das finde ich besser, weil diese Leute, diese Boxpromoter, die machen keine Events für die Fans, sondern für sich selbst. Die machen das, um ihrem Boxer den Kampfrekord aufzupuschen, damit die in Shape bleiben, dass sie einfach aktiv bleiben. Sie machen das nicht irgendwie, weil sie so solidarisch sind und für die Boxfans sowas Tolles auf die Beine stellen wollen. Nein, machen sie nicht. Sie wollen selbst Geld verdienen, die Boxer wollen Geld verdienen, die wollen im Ranking steigen, und deswegen kann man sie halt auch kritisieren, weil sie für die Boxfans halt auch so wenig machen. Das ist, also finde ich, also für mich oder persönlich, also dieses Event ist bestimmt nicht für die deutschen Boxfans auf die Beine gestellt worden, oder findest du das? Also erstmal überhaupt dafür Geld zu verlangen, finde ich schon echt fies, weil das hatte wirklich kaum, also allein schon die Ansetzung, da weißt du schon, dass das eigentlich keinen Nährwert hat. Deswegen habe ich es mir auch auf Türkisch angeguckt, weil da brauche ich keinen Kommentar, ich hätte es ja eh nicht verstanden, und was ich da gesehen habe, ich habe es mir auch nur angeguckt, halt wegen dem Podcast heute. Ja, ich auch. Ja. Wenn da vorschauen, wäre es auch ausgelassen. Also ganz ehrlich, also wer das sehen will, auch keine Ahnung, der trinkt auch warmes Bier. Oder ist sonst schräg drauf, keine Ahnung. Also ich finde das, also sowas finde ich nicht unter, die Veranstaltung ist keine Werbung, diese Veranstaltung braucht man einfach nicht. Ich meine, ja. Ja, genau, also wie ich, ja. Leute wie Hammer oder Char haben bestimmt ihre Fans, und für die ist das bestimmt gut. Sollen sie es sich angucken, ist für mich okay, aber ich finde jetzt nicht, dass das wirkliche Werbung für den Sport ist. Ich finde das eher kontraindiziert. Das zeigt eher so, für Geld kannst du dir Leute kaufen, die sich auf den Boden legen, oder du kannst dir Leute zum Verlieren kaufen. Ähm, wenn du einen Kampf sehen willst, wo jemand, der zwar verliert, aber was versucht, dann guckst du dir Kämpfe in England an, da hast du einfach einen höheren sportlichen Wert, während das hier eigentlich eine ganze, muss man einfach sagen, eine Schaunummer ist. Genau. Nicht mehr, nicht weniger. Große Show. Der sportliche Wert war halt gar nicht gegeben. Also bei keinem Kampf, das muss man leider so sagen, wirklich bei keinem Kampf gab es wirklich auf Augenhöhe irgendwas da auszuboxen, sondern es war von Anfang an, du musstest das Event nicht sehen, du hast gewusst, wer da gewinnt und das hat einfach null sportlichen Wert. Leider, erst recht, wenn am gleichen Tag auf der Zone dann noch ein Box-Event von Eddie Hölln läuft, dann die Konkurrenz, die man dann da hat. Also ich glaube nicht, dass das so viele Leute gucken. Klar, Charles, immer so ein Name, so ein Magnet, einfach aus Interesse, um mitreden zu können. Aber es gibt auch viele, die einfach schon wissen, wie das ausgeht und dann auch keinen Bock mehr haben. So irgendwie darüber dann auch, sich damit überhaupt zu befassen, weil das einfach, wir reden jetzt so lange darüber, aber das trifft ja auch so viele Punkte. Also klar, man kann es auch immer alles schön reden, aber ich meine, würdet ihr unseren Box-Podcast hören, wenn wir immer sagen würden, ja, der Boxsport ist der Beste auf der Welt, wir lieben alle Boxer und alle Box-Promoter und das war jetzt die Folge, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich meine, das ist ja auch langweilig, wenn wir so reden würden. Deswegen sind wir auch ein bisschen kontroverser und sagen einfach unsere ehrliche Meinung, auch wenn die nicht jedem passt. Ich kann nur sagen, Mahmoud Schar als Person, super netter Typ, immer sehr höflich, kann nichts gegen ihn sagen. Nie kennengelernt, aber ich glaub's. Genau, er kann sich gut benehmen, wenn du ihn triffst, immer echt top, top Mann. Aber so, er kann jetzt auch nichts dafür, wie der Loveboy dann auf den Boden gegangen ist und so weiter, aber ... Lovejoy. Äh, Loveboy. Es gibt Loveboys, die gehen auf den Boden, das ist richtig, aber nicht der. Oh Gott. Jetzt kommt. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, wenn Mahmoud Schar da wirklich noch sportlich so Ambitionen hat, ich meine, kann er ja noch, aber dann sollte er, klar, demnächst, jetzt nicht sofort, ich meine, Ustinov, ich meine, das war 2017, wo er da das, seinen Gürtel, den WBA-Gürtel gewonnen hat, deswegen, okay, wir, wir, wir haben ein, wir drücken ein Auge zu bei diesem Gegner jetzt, aber jetzt sollte er mal ein bisschen bessere Leute boxen und dann auch mehr zeigen und länger als zwei Runden, da sollte dann, dann können wir dann mehr über seine sportlichen Fähigkeiten dann auch im Ring sehen, weil er hat ja schon bessere, ich meine, er stand schon gegen krasse Leute im Ring, das darf man halt auch nicht vergessen, er hat schon gegen Povetkin im Ring gestanden, er weiß schon, wie das ist, gegen krasse Leute im Ring zu stehen, von daher. und den hat er auch heftig kassiert, erinnere dich mal an den Kampf gegen Meires Briedes, der eigentlich Cruiser-Gewichtler ist, der hat den aber fürchterlich ausgenockt. Ja, ja, natürlich, also so, aber ich meine nur, ich denke nicht, dass das jetzt irgendwie, ich glaube schon, dass wir von, von Schar noch irgendwie besseren Kampf sehen können, so, also ich glaube nicht, dass das jetzt ausgeschlossen ist, außer er beendet seine Karriere, aber ich glaube, da kann schon Besseres und da muss auch Besseres kommen. Mhm. Normalerweise würden wir ja jetzt übergehen zu der Vorschau aufs kommende Wochenende, aber weil du, du hast es ja auch gerade angesprochen, weil das so gut gepasst, also weil das jetzt so gut passt, gehen wir einmal auf eine Hörerfrage ein. Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie. Und da fragt der Blünti bei YouTube, wie viel Zukunft hat das, äh, hat der deutsche Boxsport? Mit so Veranstaltungen wie der von gestern? Nicht viel. Oh Gott. Ja. So eine deprimierende, so eine deprimierende Frage. Er wusste schon, dass wir darauf so antworten. Ja, aber du hast ja recht, wir, wir, wir loben hier keinen, wir müssen keinen gut reden, wir werden nicht von irgendeinem Boxstall bezahlt, den wir hochleben müssen. Wenn wir jemanden loben, dann ist das ernst gemeint und es gibt deutsche Boxställe, die einen guten Job machen mit den wenigen Mitteln, die sie haben und das ist einfach mal SES. Das muss man wirklich sagen, SES ist einfach der beste deutsche Stall, den wir derzeit haben. Die machen die besten Veranstaltungen, du kannst kostenlos die Kämpfe, die Fight Cards im Fernsehen sehen oder im Livestream vom MDR. Die strengen sich an, die brechen aber auch nichts übers Bein und stellen jetzt irgendwelche Cards irgendwie auf die Beine, wo alles grottenschlecht ist. Also ich finde, dass SES der erfolgreichste beziehungsweise der Boxstall ist, der auch für mich persönlich, wo ich dann auch vor Ort zum Beispiel wäre oder bin, die besten Veranstaltungen macht, weil ich da halt schon war. Ich weiß nicht, wie du das jetzt so von außen findest. Ansonsten würde ich Argon halt noch recht weit oben einstufen. Mhm. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich finde, SES macht vom sportlichen Wert her die besten Veranstaltungen. Das ist richtig. Auch da, klar ist natürlich da auch Luft nach oben. Wenn ich jetzt so Veranstaltungen sehe, wo dann Agit Kabayel boxt, dann denke ich auch, eigentlich könnte der doch mehr mehr oder bessere Leute boxen als die, die er boxt. Aber im Großen und Ganzen ist das schon ganz passabel, was die machen. Klar wird natürlich auch da manches über den Klee hinaus gelobt. Das ist, glaube ich, einfach so in der Boxwelt oder vor allem in der Deutschen, dass manche Sachen besser gerät werden, als sie dann eigentlich sind. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht. SES macht Stand jetzt die besten Veranstaltungen. Argon hat letztes Jahr auf jeden Fall auch ein paar sehr gute Veranstaltungen gemacht. Allen voran natürlich Jama Saidi gegen Feigenbutz und die Veranstaltung von Jack Kulkay gegen Barraou. Barraou, danke. Ich hatte gerade einen Hänger gehabt. Das war wirklich super. Das war sehenswert. Das war Werbung für den deutschen Boxsport gewesen. Die Veranstaltung, die war wirklich gut. Keine Frage. Ja, aber wenn man mal so die letzten zehn Jahre beobachtet, hast du ja einen Abwärtstrend einfach in Deutschland. Du hast mit Sauerland einen ehemaligen Big Player in Europa, der jetzt eigentlich, ja, streng genommen faktisch eigentlich tot ist. A, heißt er nicht mehr Sauerland. B, findet er in Deutschland auch nicht mehr wirklich statt. Der ist weg vom Fenster. Du hast mit Universum zwar jemanden, der eine alte Marke wieder auferleben lässt, aber auch nicht einfach die Kraft hat, wie der ehemalige Universum-Boxstall. Die Kämpfer, die da unter Vertrag sind, ja, da sind der eine oder andere ganz interessant dabei, aber jetzt niemanden, wo du mit die Massen begeistern kannst. Auch so ein José Ladue, guter Boxer, guter Mann, keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass du damit irgendwie die Massen begeistern kannst. Ja, und wen hast du denn halt dann noch? Dann, wie gesagt, Argon und SES und alles andere sind ja dann eher kleinere Veranstalter. EC würde ich noch so halbgroß bezeichnen, die viel mit Kooperation auch zusammenarbeiten. Die waren ja früher auch oft bei Runfighting und bei Eurosport gewesen. Gerade bei Eurosport konnte man ja auch sehr viele Christian-Hammer-Kämpfe sehen. Ja, aber wenn das so weitergeht und gut, ich meine andererseits der Großteil, also außer SES und jetzt Argon auch nicht mehr, veranstalten jetzt eigentlich alle nur noch bei Bild+. Petco hat man natürlich noch, genau, weil der veranstaltet jetzt auch. Ja, aber wen hat der denn? Ja, die machen auch viele Kooperationen quasi. Müssen sie halt auch, weil sie alle selbst kaum noch so viele Boxer haben. Das ist ja halt schon bei vielen so geworden. Also außer Christina Hammer hat der Petkovic doch niemanden. Oder? Mir fällt gerade gar nicht ein. Naja, Nick Hanik ist aber eigentlich auch nicht, bei Petkovic zumindest weiß ich das nicht. Christina Hammer ist ja jetzt eher wieder als Amateurin, deswegen ist das ja eh erstmal wieder. Weiß gar nicht, ob die überhaupt noch, kann ja jetzt gar nicht dann in den Profi-Ring steigen, glaube ich, oder? Nee, aber ich glaube, sie wird von ihm vertreten, aber gut. Gut, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Kommen wir zur Vorschau. Ach so, du hast die Frage jetzt so schnell abgehakt. Ja, okay. Aber ich kann ja, wir können ja so, ach so, ja, Sarah Bormann, weiß man, habe ich gerade noch geguckt, wer auf der Karte ist, aber die ist glaube ich auch, weiß man alles nicht so genau, wer bei wem ist. Die arbeiten halt alle zusammen. Ja, aber klar, Wassermann-Boxing, Wasserman wahrscheinlich, Boxing gibt es halt noch, die einige Boxer in Deutschland unter Vertrag haben, aber da die halt noch nichts in Deutschland veranstaltet haben, können wir dazu halt auch noch nichts sagen. Aber bei BILD Plus wurde gesagt, dass sie planen, demnächst auch wieder große Kämpfe irgendwann nach Deutschland zu holen. Das kann man halt sagen. Also man hat noch die Hoffnung, dass irgendwie durch Wasserman-Boxing vielleicht doch irgendwie ein positives Zeichen in den deutschen Boxsport kommt, gerade weil da ja noch ein paar sehr gute Namen unter Vertrag sind, auch in Deutschland. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Um das mit den Worten von Eugen, der heute leider nicht dabei ist, zu sagen, das nächste Wochenende gibt jetzt nicht so viel her. Zu erwähnen wären da Kämpfe am Freitag, den 21. Mai in Serbien. Oh, eine Petkovic-Veranstaltung. Wo Sarah Bormann gegen Katalina Diaz kämpfen um den GBU-Titel der Frauen im Leichtgewicht. Auf der Undercup kämpfen Nick Hanne gegen Ralf Wikans um den WBC International-Titel im Halbschwergewicht. Ja, Ralf Wikans, ein ungeschlagener Boxer, muss ich aber zu sagen, sagt mir jetzt nix, ist ein Lette. Per se würde ich jetzt mal sagen, ist das nicht schlecht. Ist bei Boxrec auf Platz 130 gerankt, hat eine K.O.-Quote von 45,45 Prozent. Kann man sich mal angucken, wo es übertragen wird, weiß ich leider nicht. Bild Plus. Ach, Bild Plus. Bild Plus natürlich. Ah, okay. Weil das steht jetzt hier bei Boxrec leider nicht, deswegen konnte ich das jetzt nicht sehen. Okay. Ähm, ja. Dann, das könnte man sich da mal angucken. Eine andere Card wäre noch in England von Mick Hennessy. Die wird dort bei United Kingdom Channel 5 übertragen. Dort kämpfen Sam Egerton gegen Carlos Molina um den vakanten WBC-Titel im Mittelgewicht. Ja, Egerton, das Schlachtroß, kennt man ja auch aus vielen Kämpfen, die er schon bestritten hat. Unter anderem gegen Ted Cheeseman oder gegen Liam Smith. Auch jedenfalls jemanden kann man sich angucken, aber muss man jetzt nicht unbedingt. Ähm, der größte Kampf des Wochenendes findet, denke ich, ja, das sollte man sagen, findet auf jeden Fall in den USA statt, in Las Vegas. Da ist eine Bob-Aram-Veranstaltung. Dort kämpfen im Super-Leichtgewicht Josh Taylor gegen Jose Carlos Ramirez um nichts geringer als sämtliche Titel im Super-Leichtgewicht. Der Kampf ist auf jeden Fall sehenswert, gerade Josh Taylor, ein guter Mann, der sehr attraktiv Box. Interessant ist überhaupt, dass er als Hauptkämpfer quasi, obwohl er Brite ist, nach England gehen, gegen Carlos Ramirez, der ja dann quasi der Heimkämpfer ist. Ähm, paar Kämpfe mehr auf der Uhr, ist Platz 2 der Weltrangliste bei Boxrec und Josh Taylor ist halt die Nummer 3, also das Ding wird kein Selbstläufer. Es dürfte auf jeden Fall interessant werden. Siehst du es ähnlich? Ja, Ja, auf jeden Fall, das wird ein sehr enger Kampf, denke ich auch. Ähm, ja, Platz 2 gegen Platz 3 im Super-Leichtgewicht ist schon dann sehr schwer zu sagen. Beide sind, ähm, ungeschlagen. Josh Taylor in 17 Kämpfen, Jose Carlos Ramirez in 26 Kämpfen, also, da wird sich auch die Tagesform wahrscheinlich durchsetzen und ich, man kann, ich weiß jetzt auch gar nicht, wer bei wem jetzt unter Vertrag ist, das hätten wir jetzt, ich weiß gar nicht, wer mit Bob Aram da zusammenarbeitet, ob das jetzt unbedingt der Amerikaner ist, anscheinend nicht, weil sonst wäre er ja der Hauptkämpfer. Da wird es wahrscheinlich eher eine Kooperation mit Josh Taylor geben, würde ich jetzt einfach mal so sagen, oder weißt du das irgendwie genau? Da bin ich raus, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Interessant ist es auf jeden Fall. Aber, wenn die, wenn die Hörer das wissen, schreibt es uns in die Kommentare. Genau, weil ich meine, es wird irgendeinen Grund haben, dass er da der, ähm, zuerst genannt ist. Es ist halt meistens nicht umsonst so. Dadurch, dass es schon, ja, manchmal, es wechseln die auch ständig, dann arbeiten sie mit dem zusammen, dann kann man das gar nicht mehr nachvollziehen, so, das ist manchmal ein bisschen schwierig, so, wer mit dem zusammenarbeitet, selbst in Deutschland, so. Von daher, ja, es wird ein sehr enger Kampf, ich würde mich da auch kaum festlegen, weil da echt schwer ist. Da spielen halt andere Faktoren dann auch die Rolle, ne, wer der Veranstalter ist, wenn es eng wird, wer den Kampf dann kriegt, aber das kann man ja dann ganz leicht noch herausfinden. Gut, dann kommen wir abschließend noch eben zu den News. Und da haben wir wieder ein etwas aus der Gerüchteküche, und zwar, Eddie Hearn bestätigt Fury gegen Joshua am 7. oder 14. August. Wie? Hm. Wie wahrscheinlich, glaube ich, wie wahrscheinlich glaubst du, ist das, Samira? Zumal ja da auch zu dem Zeitpunkt ja noch die Olympischen Spiele sind. Och, es ist schwierig, also es ist nur so sehr offensichtlich, dass diese Verhandlungen irgendwie sehr zäh laufen, dass die beiden sich in den Social Media ständig irgendwie gegeneinander äußern oder sich ein bisschen so aufheizen, also dass sie den Kampf so ein bisschen mit Absicht auch aufheizen, Interesse wecken. Ich meine, Tyson Fury schickt ja auch oft Videos dann an AJ und AJ auch irgendwie, Nachrichten, ne? Manchmal ganz lustig. Ja, ich kann mir schon vorstellen, also wenn, klar, es kann auch noch im Winter eigentlich stattfinden, es soll ja auch in Saudi-Arabien wieder stattfinden, ist natürlich alles irgendwie schade, dass es halt wieder dann irgendwie sehr weit weg stattfindet. gerade so ein englisches Duell irgendwie nicht in England zu machen in einem riesen Stadion ist eigentlich schon fast, das ist einfach zu traurig. Also finde ich, also ich finde eigentlich gehört dieses Duell nach England in ein riesen Fußballstadion, auch wenn ich davon eigentlich kein Fan bin, aber ich meine, damit genug Fans einfach dabei sein können. Wenn man das natürlich jetzt wieder nach Saudi-Arabien bringt, dann ist es halt wieder, kriegen es halt kaum Leute mit, alle können es nur im Fernsehen sehen, natürlich wird da das meiste Geld gezahlt, ja, Geld regiert die Welt im Boxen, deswegen wird es wahrscheinlich wirklich in Saudi-Arabien stattfinden. Vermutlich, vermutlich. Ja, ich bin da auch bei, natürlich, klar, wenn das Ding in Wembley stattfindet, dann ist das halt einfach würdig. Aber wenn es halt die Lage gerade wegen Corona nicht hergibt, dann, oder wenn die genügend Kohle zahlen, ja, was willst du halt machen? Was willst du halt machen, ist auch ein gutes Stichpunkt für die nächste News. Billy Joe Saunders hat bekannt gegeben, was denn bei ihm so alles kaputt gegangen ist beim Kampf gegen, Canelo Alvarez. Und zwar, die Wangenknochen und die Augenhöhle sind an drei Stellen gebrochen. Das ist schon, hui. Ziemlich krass. Ja, aber andererseits, du hast ja auch gesehen, wie Canelo ihn da an der Augenhöhle getroffen hat. Das war auch ziemlich krass. Das Ding war on point gewesen. Von daher kann er eigentlich nur froh sein, dass es nicht nur an mehreren Stellen gebrochen ist. Ja, aber das bestätigt halt auch nochmal den Kampfverlauf. Das ist auch das richtige Ende quasi des Kampfes auch, dass das einfach dann zu Ende war und er dann auch nicht weitergeboxt hat. Also es hatte schon seinen Grund. Also einfach so bleibt jemand da auch nicht auf dem Stuhl sitzen. Ja, aber ich wiederhole nochmal das, was wir letzte Woche auch gesagt haben. Das Ding war, also er hat sich ja wie so ein Roboter in der Situation war angebracht, was er machen musste und er hat genau das dann getan. dass dieser Haken, der da aufs Auge ging, der war wirklich, wirklich brutal. Dass der überhaupt stehen geblieben ist, das zeigt ja auch schon einiges oder sagt ja auch schon viel über Saunders aus, dass er überhaupt da stehen geblieben ist. Ein Schaukampf zwischen Carl Froch und Roy Jones, Roy Jones Jr. Gott, Roy Jones Jr. vielleicht habe ich einen Schlaganfall, kann ja auch sein. Steht auch in der Gerüche an. Ich kann mir das allerdings nicht vorstellen, weil Carl Froch sich doch von Bayern die Nase richten lassen, nachdem er vom Boxspot zurückgetreten ist. Aber ich weiß nicht, ich finde jetzt eigentlich, dafür ist Carl Froch noch zu jung und Roy Jones Jr. schon zu alt, als das noch, als das wäre jetzt irgendwie, ja, interessant wäre. Oder? Ja, der 43 ist Carl The Cobra Froch. Ja, ich weiß auch nicht, also das soll irgendwie die britische Zeitschrift The Sun berichtet haben, dass die halt irgendwie so einen Showkampf machen wollen oder dass er den auch schon akzeptiert hat gegen Roy Jones Jr. Aber wer weiß, da kommt es ja auch noch so zu Verhandlungen und so, ob das dann wirklich dabei bleibt, ist halt so eine Frage. Aber ich glaube, die Leute haben jetzt irgendwie gesehen, dass man recht leicht mit Showkämpfen sehr viel Geld verdienen kann, dass jetzt viele irgendwie dann doch noch mal drüber nachdenken. Ich meine, so eine Nase kann man sich natürlich auch öfter richten lassen, so viel wie er da verdienen wird, wird es wahrscheinlich auch dafür reichen, aber irgendwie. Reicht das für zehn Nasen. Aber ich sehe es ehrlich gesagt auch noch nicht so. Also ich glaube, Kyle Frotch ist jetzt auch nicht so ein Typ, der sich da für jedes Geld jetzt unbedingt da hinstellt. Also ich würde ihn jetzt nicht so einschätzen. Also weiß ich nicht, er wirkt nicht so, aber vielleicht braucht er auch Geld, aber weiß ich nicht, was The Sun dann da berichtet. Müssen wir mal abwarten, ob sie sich da einig werden, ob es wirklich dazu kommt. Aber ich würde gerne, ja, so viele Show-Duelle muss man jetzt auch nicht sehen. Ich bin davon jetzt eh nicht immer so ein Freund. Es gibt schon zu viele Show-Duelle, selbst mit noch jüngeren Leuten, wenn irgendwie Mayweather gegen YouTuber boxt und so, ne? Ja. So ist es. Bleibt uns nichts anderes übrig als abwarten und Tee trinken. Ich werde auf jeden Fall gleich einen Tee trinken. In diesem Sinne, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Liked uns, teilt uns, empfiehlt uns weiter, lasst uns ein Abo bei YouTube da. Schreibt uns Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ansonsten, wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, macht's gut, tschüss. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast. Bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020